der andere war krass schon weg aber nur verloren die alles entscheidende frage wo er von dem wenn es um die total widerlich sind bildlich gerade woher zu jetzt schon ein bisschen auf die oberen würde ich sagen so und es gibt es mit planeten oder einfach nur riesige astroiden der heimliche schluck getrunken er kämpft uns ja den turm immer höher und höher und höher und unaufhaltsam zur mutter ord mann willkommen das bist du aber ich doch richtig gesehen man trefft mich nicht hier mann 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 was will ich weiß aber immer noch nicht was was sie letztendlich von chen wollen saugen die hier die planeten aus wirkt bald so da kann man drauf landen hier ist irgendwas okay da kann man doch bestimmt rein ja die scheint die dinge auszusaugen hier müssen wir auf den knopf drücken also müssen wir sowieso landen so hallo kollegen zeug mich haben soll zu probieren das vielleicht schaffen hier rein zu kommen wir haben es geschafft also das kann man uns jetzt nicht abschlagen okay das heißt wir müssen jetzt nach oben man ist hier an Prozent wir können jetzt nach oben Prozent buchten gar nicht rein nur kurz umgucken und immer hier auf dem Schatten auch landen man gibt es um auch zu tun Schatten lande platz 9 bei dieser spannungsgeladene Musik hier müssen wir die Juden gibt denn ich weiß wo hin muss Prozent Prozent verstehst du nicht ganz wie kommen wir zu sind doch da hoch nur an krass diese schräge sicht ja bei klettern kann unser kollege ja nicht Prozent das ist das könnte man aber kommt soll denn das ne stück doch bloß einfach warum das passiert wenn wir unterspringen Wir können nicht runterspringen. Okay. So! Haha! Okay. Ja gut. Soll man jetzt mal drauf kommen, ne? So ein Asteroid. Boah, die machen einen Schaden, ne? Schon wieder. So, hier ist der Knopf. Ein paar Leben gibt es ja auch. Das heißt, wir werden Wunderbrot gleich Besuch bekommen. Was ist jetzt oben und was ist unten? Ja. Egal. Sollte man sich wahrscheinlich kein Kopf drum machen. Äh, fünf Jahre. Nöpfchen. Äh. Okay. Wenn man jetzt reinfliegen. Ich bin jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Na gut. gut. Nöpfchen, das war nicht wirklich... H頰fchen. Und das hat den Link zu sehen. Wenn das mal wieder zu stellen, dann ist es genau so sicher. abkommen müssen du jetzt sagen naja für einen ich würde überhaupt wir müssen hier rein sobald das ausgeht viel gespeichert jetzt also hoch fliegen und die Kumpel kümmern würde ich sagen und er schießt ja und zu wissen doch fast ganz oben oder die Kumpel die Müller war kaputt Außenhöhle sieht auch noch gut aus und fliegen die ersten Teile ab hier kommt da schießt aber so wohnst wir versuchen traktor strahlt wird auseinandernehmen ein wir können das was was wir tun wo es denn wir haben die Kündigung Weg was probieren und weiter geht's Prozent und das uns nicht aufhalten Art die Ringe ja wohl mit Kleinigkeit kann sich davon abhalten Schild zu retten und Gott das war schon wirklich das war schon als wir angekommen sind lag das auf dem Fußboden ich habe mir so gedacht warum liegt das auf dem Fußboden das gehört nicht auf dem Fußboden aber es ist ein Physikobjekt aber es ist wohl ein bisschen schwer wenn wir das auch ja auch zu schwer ok Schifte mal reparieren da braucht man nicht so mutig bin ich jetzt einfach mal ja so hallo Mami wir sind auf dem Weg dann kann man wieder landen wenn wir ein paar ungebetene Gäste haben nein in der Portal wir sagen das war das sind was mit dem Level hier Paul Schatten verlassen ja wir haben es fast geschafft Jen zu retten wieder ganz nur auf dem betont ist aber coole Lampen gibt es bei Ikea eigentlich wie heißen die wie heißen die Elska oder Alienska egal so wir speichern nochmal wenn er gleich selber speichern definitiv wie immer keine durch ein Portal schießen sonst ist mir gar nicht aufgefallen wo sind die denn auch weg hier doch noch einmal oder so er speichert und lädt Lösungen was ein geschiss sind ja wieder ganz na Mistviecher das ist nur Tuch es reicht nur die großen kaputt zu machen ne reicht nicht Mist Mist gelungen was er von der Decke baumelt na da alle verschwinden hier war auf hier die 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 Was? Uh oh! Was zur Hölle? What? What? Nein! Nein! Oh komm schon! Oh mein Gott! Keine Munition! Munition! So und den! Krass! Aber ganz ehrlich, jetzt mal ganz kurz am Rande. Das Spiel ist von 2006, wir spielen es hier 2017 und es sieht einfach gut aus. Der Signal ist drin, den darf man nicht vergessen, aber im Großen und Ganzen sieht es wirklich sehr schick aus. Also... Auch das ist... Ich meine, das ist schon nicht ohne, ne? Was? Oh, das ist wieder her. Was? 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 nicht laufen da oben krass ich dachte wir sind schon ein bisschen so so kurz davor oder so ist ja übel okay also dauert es doch noch ein zwei minuten länger als ich vermutet habe aber wir werden das schaffen wir retten gen ankommen was will also schon wieder das ist optisch schon schick wie gesagt elf jahre altes spiel das war so klar so 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 was ein krasses level design echt genial ich freue mich so auf den auf den den neuen teil also richtig ich hätte ich hätte am liebsten auch gleich gespielt aber ich würde das wirklich erst zu Ende spielen hier so 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 als würde ich gerade überlaufen und das das wird nichts dass ich so 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 wechselt einfach aber dreht sich das nicht ich glaube die drehen sich beim runterfahren oder ach so ach so das sind wieder so okay aber ganz dringend hier ganz dringend so hier haben wir wieder einst den bischen muni vielleicht neun wechselt der weg hier rüber und das teil dahin was ich glaube was passiert mit dem unterdrücken das bleibt wo es ist er fährt nach oben das heißt wir müssten jetzt eigentlich was soll mir dieses symbol sagen und das ist ja wieder ein loch in der wand irgendwo egal wenn sie her aber ich bin mir nicht sicher wir stehen gleich auf dem kopf oder ach so hier das soll mir das sagen jetzt dreht sich zweimal aha aha es heißt wir gehen jetzt hier her hier nochmal zurück hier wieder einen schönen weg für unseren geist und können uns nach oben fahren lassen steht auf dem kopf haben wir da richtig rum was hast du erwartet eule aber da musst du mal ganz ehrlich ich gebe dir mal die nummer von klar das na er könnte mal ein paar richtige rätsel zusammen basteln nicht so was ja ja also ehrlich was ist das hat sich hier irgendwas bewegt wenn wir einen der knöpfe gedrückt haben und vielleicht irgendwo hoch wir speichern nochmal dass wir hier mal machen müssen na gut vielleicht keine munition mehr wir sind wir sind ziemlich weit oben warum warum hilft die uns die mutter ich meine wir haben jetzt einen riesigen sprung nach oben gemacht aber warum weil wir sind fast da ich habe das gefühl wir rennen direkt in die falle rein aber richtig hey hallo eule ich boah du Mistvieh du dreckiges boah f*** dich doch huu Huch! Uah! Shit! Ich brauche noch rot! Rot! Gib mir rot! Ich blau-rot! Na gut! Huch! Hallo! Willst du kuscheln kommen, oder was? Jawäi! So, kommen wir gleich mit dem wieder verladen hier. Uah! Fängt so ein Scheißding. Ja. Ne? So. Schauen wir mal den Müll hier von der Decke. Noch kurz warten, müssen wir da ein bisschen Munition haben. So. So, haben wir den Müll mal abgeräumt. Gibt's ein bisschen Muni. Vorleben. Hier! Ne, ist mal so eine Sauerei auf dem Fußboden hinterlassen. Ne, ist schon... Ist schon ein bisschen ekelhaft, oder? Ist er voll, oder warum haben wir den noch nicht? Übersehen haben wir den. Oh! Kleine, ja. Hallo! Hallo! Bleib doch hier! Wie ist denn hin? Was willst du von mir? Meins? Ich fragte meins. Was ist denn noch im Boden? Hey, Eule! Das ist... Oh jejejeje, okay. Scheint wirklich in Richtung Falle zu gehen hier. Boah, du spinnst wo? Rücken zu fallen, ey. Komm, 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 komm! Komm, da traust du dich nicht! Mistvieh! Das ist ja nicht meine Eulen-Party hier! Unglaublich! Wenn wir den gleich nochmal voll machen. Mit dem wir das Teil hier von der Decke geholt haben. Mal ein Knöpfelein! Was ist das? Bin ich eventuell kaputt? Nein. Irgendwas für ein Geist? Huch! Ah, aufladen! Zack! Die Tür, die nicht aufgeht. Irgendwas für ein Geist? Nein! Ist immer so verwirrend! Wenn ich den Geist loslasse, will ich immer in die selbe Richtung mich weiter drehen wie vorher mit dem Geist. Und man guckt auf einmal woanders hin. Da ist bestimmt die Tür aufgegangen. Jawoll! Kann ich nochmal speichern. Ist wie so ein Schwerkraftweg. Boah, ok. Auf und Leben! Hallo! Wo denn? Da wird bestimmt gleich noch mehr. Boah, Leben und Zweimal Munition! Okay! das wird übel leute ich sag's euch leben ja das ist richtig übel krass oh mein gott vor allem die knarre geil die Affen vom Himmel heulen ja und die Eulen flambieren was war das denn damit wir tanzen oder was das sind nichts stärkeres zum auffahren hier oder was ist los das ist eine dreckige Eule und dann hinten haben wir auch voll falsche Taste ähm fuck ich würde gerne unseren Laser nochmal aufladen vorher wenn wir hier schon was sehen hallo jen jen ich ich Komm wieder. What? Hä, was? Jen? What? What? Nein, Jen! Jen, du kannst dich dagegen wehren. Wo? Wie geht? What? What the fuck? Was soll das denn? Bis auf dem oder so? Boah, fuck. Du Mistvieh. Ah, daneben. Das kann das nicht sein. Hau ab, hau ab, hau ab. Oh nein! Ah, shit, 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 shit. Blau. Rot. Rot. Blau. Rot. Rot. Hey, rot. Komm, gib mir nochmal blau. Komm, gib mir blau. Rot. Ja. What the... What the... Nein, nein, nein! Nein, ich weiß, dass du das nicht willst, werde ich dagegen, Jen, 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 Jen oh, ich schaffe ich Ihnen von, Was hat sie uns angetan? Such hostility, such potential. I will teach you to harness it, and I will make you immortal. Immortal! You've taken away everything I had to live for! Anissi, I'm ready now!